Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie man sehen kann, wir zocken mal wieder mit dem Schweinchen, mit unserem kleinen Erdferkel. So, dann gehen wir mal auf die Pirsch, mal gucken. Wo versteckt ihr euch, die kleinen Miesen hier? Ich brauch hier eigentlich bestimmt gar nicht gucken, die werden alle da irgendwo da drüben sein. Oh doch, hier ist sich schon jemand. Warum? Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Das ist doch gerade ein Witz, oder? Oh, das hätte safe ein Hit sein müssen. Na, das gibt es doch gerade. Oh, ei zu, hallo? Ei zu, das ist ja heute wirklich schlimm. Nein, oh, hättet ihr nicht noch eine Sekunde warten können? Mann, ey, scheiße. Es ist die Falle nicht aktiv. Verdammt, verdammt, das habe ich nicht mehr gesehen, wo der Jenny überhaupt angegangen ist. Hallo, dürft ihr euch mal bitte? Ach, da hinten. Hättest du ja gar nicht wissen, wo ich es... Hey, die können doch nicht wegsehen. Hier hat doch gerade jemand einen Shen gemacht. Gibt's doch gerade gar nicht, wirklich. Ah, hier hinten ist der Whitey-Boy. Ja, gern geschehen, mein Freund. Oh, ja, der hat ein Glück, dass er gleich die Fälle runter hat. Ach so, hier müssen wir hin. Ah, guck, da hat sich jemand verkackt. Da hinten rennt, läuft. Oh, sie hat fliegen dabei, ich gehe kaputt. Okay, die haben schon den dritten Shen durch, gehe kaputt. Okay, das läuft nach vorne so, wie man das gern hätten. Okay, wir haben drei Hooks und sie haben schon drei Gens durch. Oh Gott, das ist ganz schön eine schlechte Bilanz für uns. Eine richtig kack Bilanz für uns. Okay, warum er stand jetzt einfach afkar da? Vielleicht war er jetzt enttäuscht, weil er es nicht geschafft hat. Ich weiß gar nicht, wie weit sein Timer schon abgelaufen war. Kann ja sein, dass der schon viel weiter war. Warte mal, hä, bin ich jetzt doof? Was soll ich hier sagen? Ah, bin ich du? Was ist denn heute los mit mir? Sind ich, dass er euch wundert, gelöst? Ich bin heute den ganzen Tag schon so verwirrt. Und ich nehme halt auch hier mehrere Folgen an einem Tag auf. Warte mal, das mache ich mal kaputt. Der ist auf null. Hier hat halt immer auch noch die Falle auf, ne? Okay, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir Leere nochmal kriegen. Okay, diesen anderen, den hat man noch nicht, keine Ahnung, diesen Denshi oder wie der heißt. Den haben wir noch nicht gehabt. Scheißegal, da kriegst du nochmal eine Falle auf, weißt du das? Bevor die ja nämlich noch einen Jender spallern wollen oder so. Okay, so mein Freund, du kommst hier an den Haken. Hab ich es nicht gesagt, bevor die noch einen Jender spallern wollen. Okay, wieso? Ich weiß nicht, wo der andere Onkel ist, ne? Der, die, 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 die hat Entschiedet. Habe ich schon schon immer gesehen, ne, darunter. Er ist auch geheilt. So. Warte mal, habe ich ja gerade jemand gehört. sie hat halt auch noch nicht ihre falle los gell ja ja du hast ja springen ist mir sowas von brust nein jetzt bleibst du hängen scheiße 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 sie rennen ganz weit weg oh wen haben wir denn hier guck mal zum ersten mal mir müsste incognito hier egal das wird ganz schön weit scheiße ich hoffe wir schaffen das oh man 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 weiß aber halt auch gerade wirklich höchste eisenbahn gell also ich glaube noch eine sekunde länger oder so und er wäre weg warte mal sie ist das ne sie wollen wir nicht sie kommt gerade erst vom haken hier kommt mr super twight ja ja mr super twight will verfolgt werden das sieht man aber das ist den lassen wir in ruhe nein 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 dieses heilen könnt ihr ganz schnell vergessen und das ist mir egal ich gehe so oft nicht drauf ja okay so dann haben wir sie schon mal raus okay den haken die ist raus schade man mir kam eine sekunde zum spiel schade eine halbe sekunde früher und er wäre tot gewesen okay dahinten wurde losgelassen sehr gut und zwei zweiten raus hoffe ich zumindest okay das sieht jetzt schon mal ganz gut für uns aus drei hocks warte mal zwei die hängen schon zweimal ja ich glaube dass zwei die schon zweimal hängen ja dann pass auf nein wir lassen den wir lassen den wir müssen den in ruhe lassen weil da lockt uns nämlich ganz weit weg dass nämlich dieser tab nämlich in chen durchballern kann und das wäre nämlich sehr dumm von uns wenn wir das zu lassen da ist er nämlich er dreht man dagegen und wir sehen ihn wo es er hat auch sprint boost dabei aber das ist scheißegal den kriegt man jetzt auch müssen wir jetzt mit dem hit kriegen den hängen wir hier hinten hin ich weiß nicht ob die jetzt in der zeit den jen durchballert oder nicht aber ich muss sagen selbst wenn er dann stirbt haben wir trotzdem drei kills und mit drei kills können wir uns sehr gut zufrieden geben wenn zwei die jetzt loslassen tut geht nochmal todenschatter aktiv ne der chen geht zurück zwei die hat gleich hinten gewartet ist gehe kaputt wir müssen halt bloß gucken schön die sind weg das gibt es doch gar nicht kann doch nicht wahr sein wo sind denn die hin ihn hätte ich doch jetzt aber hören müssen normalerweise da hinten rennt oh da hinten rennt zwei die du bist der killer ja du bist der dvd bro gamer wir wissen es zwei die boy welchen chen hatten der jetzt durchgeballert so schnell das ist egal wer ist hier hinten dann holen wir uns jetzt so ich sage ich hab's heute wirklich nicht mit dem treffen aber egal wir holen uns auf jeden fall den kill das gibt doch gar nicht was ist denn heute los jetzt haben wir das zwei die wird bestimmt das dorf machen abhauen aber egal wir haben drei geht's das haut hin sag ich nicht okay der wird rausgehen ich danke euch auf jeden fall fürs einschalten und fürs zuschauen ja gut er wird da hinten noch die becken weil es ist ja der übelste pro gamer hat man ja gesehen das einzige was er konnte einfach nur in die killerhütte rein rennen und dort hinten lupen was anderes konnte er ja nicht ja haut doch ab mann du lackaffe was ist los mit dir okay dann war's das bis zum nächsten mal und haut rein bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal